Moin Leute, ich habe wieder Spinnen bestellt, unter anderem wieder schöne echte Spinnen. Hier haben wir mal Skytodes longipes, eine große Speispinne aus Amerika, beziehungsweise Südamerika. Hatte ich mir einfach mal Interessen halber mal ein Weibchen, beziehungsweise ein Tier bestellt. Und jetzt wurde mir allerdings ein Muttertier mit einem Dutzend Jungtieren geschickt. Also eigentlich wollte ich ein Tier, jetzt habe ich keine Ahnung, 100. Wie man hier sehen kann, sind hier Dutzende von Spiderlingen drin, von Skytodes longipes. Also da muss ich auf jeden Fall mal gucken, weil darauf war ich jetzt nicht so vorbereitet, so viele kleine Dosen habe ich gar nicht. Also da muss ich mal gucken, wenn da jemand Interesse hat, bitte mal bei mir melden, weil so viele Tiere werde ich auf keinen Fall gebrauchen können. Aber danke trotzdem an denjenigen, weil ich habe jetzt einmal bestellt, beziehungsweise ein Tier bestellt und kriege tausend oder wie auch immer. Ich weiß nicht, wie viele hier drin sind, das ist auf jeden Fall richtig voll. So, dann haben wir hier noch eine kleine Hoogner Schmitzi, die kann ich jetzt hier noch nicht sehen. Das ist eine groß werdende Wolfsspinne, beziehungsweise eine Tarantel aus Porto Santo, eine kleine Inselnähe Madeira, Portugal. Bin ich auch mal gespannt, habe ich auch noch nicht gehalten. Ja, und damit der ganze Versand auch lohnt, habe ich noch zwei Vogelspinnen dazu bestellt. Eigentlich wollte ich mich mit den Vogelspinnen nicht mehr so stark befassen. Und jetzt habe ich hier einfach mal was bestellt, was ich so noch gar nicht kannte. Das hier ist eine Selenocosmia Aruana aus Indonesien und von den Aru-Inseln. Habe ich auch noch nie gehabt, ist recht selten, war auch nicht gerade günstig, aber ich hatte mal Bock auf sowas. Habe auch dementsprechendes Terrarium eingerichtet, deswegen bin ich mal gespannt, was daraus wird. Wie gesagt, Selenocosmia Aruana, kenne ich so noch nicht. Ja, bin mal gespannt, wie sie sich macht. Sie lebt auf jeden Fall, das ist schon mal gut. Und dann haben wir hier noch für meine Lebensgefährtin, sie ist unheimlicher Avicularia-Fan. Habe ich mal eine kleine Avicularia Avicularia bestellt, in der dritten Fresshaut. Mal sehen, ob alles lebt. Das werde ich jetzt hier nicht alles auspacken. Erstmal in diesem Video, aber dazu werde ich später noch ein paar Videos drehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Und da. Vielen Dank.